Ich bin ne echte Naschkatze. Nach dem Essen brauche ich was Süßes. Sollte aber nicht belasten. Endlich habe ich den perfekten Nachtisch gefunden. Cremegenuss von Activia. Besonders cremiger Joghurt mit leckeren Fruchtstücken und nur 3% Fett. Der bringt meine Verdauung in Schwung. Den esse ich jetzt. Tag für Tag für Tag. Neu. Activia Cremegenuss. Ihr perfekter Nachtisch für jeden Tag.